Wir vergessen, dass wir eigentlich nur Allah subhanahu wa ta'ala gefallen müssen. Den einen Like muss nur Allah geben. Wenn eine Sache Allah nicht gefällt, ist es faules Obst. Du kannst nichts mit anfangen. Wenn am Tag der Auferstehung vor Allah subhanahu wa ta'ala steht, und nicht nur für den Da'i oder für den Sprecher, sondern auch für die anderen Leute, für die Muslime. Du machst ja auch Taten. Unser Leben besteht aus Wort und Tat, was wir Allah bringen werden. Das ist, was wir mitnehmen im Grab, und das ist, was wir vorstellen werden am Tag des Gerichts. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Sache nicht gefallen haben, dann war das nichts. Dann können wir nicht damit anfangen. Wir können nicht krasser oder schneller Taten zerstören, außer wir suchen Bestätigung bei anderen. Oder wir schauen, es ist erfolgreich, weil viele es gemacht haben. Das ist eine Krankheit. Ich brauche keine Bestätigung von niemandem, außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand muss das bestätigen. Niemand muss sich an die Schulter klicken. Niemand muss sich an die Schulter klicken.